Du mein nervöttliches Auto. So, jetzt löst du das Rätsel, sonst töte ich dich. Aber eigentlich brauchen wir ja keine Autos, Autos werden überwettet, die verpassen nur die Umwelt. Das ist nicht Umwelt, aber das Auto ist ein Elektroauto. Nein, ist es nicht, ich kann den Benzintag sogar sehen. Aber es hat keinen Auspuff, also. Was ist denn hier drin? Das fährt zwar mit Benzin, aber das ist umweltschonendes Benzin. Es gibt kein umweltschonendes Benzin, weil durch das Benzin das bebohrenden Erdölanteil vernichten und dadurch ist es auch umweltschädlich. Das wird dann aber irgendwie kaputt gemacht und zu Sauerstoff bearbeitet, genau. Das geht mit Benzin nicht, das wird zu... Erdöl macht Photosynthese, ist klar, ist klar. Aber da hat man so eine Superpflanze eingebaut in das Auto und das macht dann Photosynthese und das ist ganz gesund. Ich komme nicht weg, weil ich nicht fährt, zocken kann, weil ich nur 10 FPS bin. Warum hast du nur 10 FPS? Because of Stream. Warum machst du den Stream nicht aus? Weil ich nicht will, dass du der einzige Typ bist, der Half-Life 2 ist. Letzt mich in Ruhe, Mann. Bam! Bada-Bada-Bada-Bam! Nee, Auto. Au... Das Auto, das... Das müffelt, das müffelt nach... Nee, die Zweifel. Jesus. Dieses Auto... Und dann... Und dann... ować... Dieser Weg wird müfflich und schwer. Ich hab's nicht gesehen. Deine Mutter ist in Sky. Warum? YOLO! Nein! BOOM! Hallo Zuschauer, ich bin gerade gestorben. Irgendwie kommt bei mir immer ne Zuschauer, wenn ich sterbe. Keine Ahnung warum. Es lag, btw, weil ich nebenbei noch Aufnahmen mehr, wie du im Titel sehen kannst. Ey, das ist doch geil, wenn du in der Aufnahme lagst. Ne, ich lag nicht. Das geht schon. Wie viel FPS hast du? Zwölf. Zwölf? Alter, fick dich, du machst jetzt ne gescheite Aufnahme. Nur nicht das meint, wie das wird, dass das Let's Play, wo ich dabei bin, minderwertig ist. Jedes Let's Play, wo- Jedes Let's Play, wo du dabei bist, nicht minderwertig. Ja, aber es ist im guten Sinne, minderwertig. Außerdem ist jedes Let's Play, wo du dabei bist. Nein. Ich werte das ein bisschen auf, dann ist es grad so akzeptabel. Fick's nicht. Ne, weil ich streamen kann und du nicht. Ich kann auch streamen. Ja, bei einer schlechten Qualität, du Noob. Ich könnte auch mit einer guten Qualitätsstream mal, das wird dann halt ein bisschen laggen in den Online-Games. Guck sie, ich baum. In der falsche Seite. Nein! Lasst mich in Ruhe! Du lässt in meinem Wohnwagen, der gehört mir, den hab ich gekauft, man. Wo, bei, bei... Die Juden haben sich in meinem Wohnwagen verwundert und verbunkert und lassen mich nicht mehr rein. Alter, war... Jetzt muss ich wie ein echter Gamer unter dem Wohnwagen leben. Die sind überhaupt nicht rassistisch. Alter, du, du gehst da nicht... Nein, das machst du... Hattelig. Was denn? Na, ich hab gedacht, du gehst wieder dahin. Also da... Medi. Ich bin kompetent geworden. Nein, was war das, bitte? Nein, lass mich in Ruhe machen. Ich hab Angst, ich bin voll schlecht. Ich leb noch. Ich leb noch. Ich leb noch. Ich leb noch. Ich leb nicht mehr. Ey, ganz ehrlich, ich komm da nicht mehr hin, weil ich schlecht bin. Kann ich nicht einfach bei dir spawnen? Ja, kann ich so, glaube ich. Ich hoffe, das mach ich jetzt auch, weil das wär... Ah ja, hallo, Baby. Hab ihn an die Wand gepinnt, Mann. Voll episch, ja. Aua, wo bist du? Es ist zu still hier. Zu still. Okay, und jetzt brauchst du das Rätsel. Kannst du mir einen Tipp geben? Das hat was mit Strom zu tun. Und wehe, wenn nicht. Dann Gnade dir Gott. Wo bist du? Das hat nichts mit Farbe zu tun, sondern mit Strom. Warum? Jetzt ist nicht das Gleiche. Ja, das ist hier. Ja, ich arbeite, du Heide. Ja, nee, die tippt mich jetzt nicht, ja? Ja, arbeite und ich töte dich nicht. Das ist wie in Japan. Äh, Kino. Und in Afrika. Aua. Was braucht... Ich sag, ich... Ich mach's... Ich formulier's mal so. Was braucht man, damit eine Maschine eine Bewegung ausführt? Stromkreis. Energie. In Form von Strom. Und wie bekommen wir diese Energie? Indem wir da Energie zuführen. Aber nicht dadurch, also... Das ist schon mal falsch. Also, das Teil kannst du da nicht reinbauen. Das ist... Das ist schon mal falsch. So viel kann ich dir sagen. Das bringt gar nichts. Das ist da. Wo ist... Wo ist... Wo ist oft Energie drin? Metall. ne Spass in Batterien. Ja, also such mein Paderbahn, such. Okay. Wir suchen eine Batterie! Wir suchen eine Batterie! Wir suchen eine Batterie! Wir suchen eine Batterie! Das ist keine... Nee, die! Wir suchen eine Batter... auf der anderen seite ist nicht oder suchen ich habe schon zwei zuschauer hallo wir suchen eine batterie ich suche gerade alle batterie wir suchen eine batterie suchen eine batterie allalala batterie ich suche ok ist mal richtig danke für das auto diesmal seriously wo lagen die meistens batterie wenn ihr die lösung in dem an alle zuschauer gerade wenn ihr die lösung wisst dann schreibt sie im chat da muss ich mich nicht anstrengen das sieht aus wie eine batterie mädchen ist keine batterie oder sieht so komisch aus das ist eine batterie haus mal dagegen das auto ist bestimmt gesund nein du darfst nicht so viel abstand haben schau das macht mal so wieso explodiert das nicht man ich hab das explodiert hey batterien gibt es doch immer in autos du bist so dämlich ok jetzt nehme ich jetzt das auto mit und dann also wir machen jetzt das auto da rein also bei dem auto schon mal nicht ne verpiss dich du hast keine batterie die werden jetzt alle ne da ist doch ne batterie das war doch glaube ich ein ich habe nicht mal zuschauer die da bleiben ich wünsche ich hätte kurzzeitig zuschauer kann man da sagen warum hier in keinem auto in der batterie aber die batterie ist schon im auto das wird für mich zumindest am meisten sinn mal geben wenn du eine findest dann ist da wohl eine ich geh jetzt einfach mal von ja aus hier kann es ja auch gut sein hier gibt es noch mehr autos patrick da auf der seite ist nichts und bei dem lkw ist auch nichts das kann ich mir vergessen wenn ich den zylinder nehmen ist das wie ein zieler alter hier ist noch ein auto wie ein zieler ach patrick hat gefunden 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 patrick doch nein 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 euch ist rechtlich für jetzt löst sich das rätselst will mich dafür umbringen hier was wir brauchen drei ich mach schon mal den Handwerker hier das funktioniert bestimmt schau mal hier ist doch noch ein Lagen ich leckle mal an dir herum oder schiebe ich dir zum Arsch WTF an dem Wagen ist nix glaub ich zumindest wo sind wir die anderen zwei batterien sind sind das auch autobatterien wir scheißen nein das sind keine autobatterien das wird so einfach das ist bestimmt ne hut ne hut batterie die stand du bist mindestens drei mal an der batterie vorbeigelaufen vorbeigelaufen also im sinne von du hättest sie sehen können sie war nicht versteckt sie lag einfach rum und du bist drei mal drin vorbeigelaufen ungefähr ok ok wir spielen jetzt heiß und kalt 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 eiskalt kalt so cool wie ich kalt 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 k Wärmer! 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 Wo ist da ne Batterie? Da! Mäh! Ich hab gedacht, das wär die... Woll, hast du gesehen? Ich die Batterie! Loll, ja! Ich hab's... Nee, das... Das will ich jetzt nicht nennen! Da ist da! Okay, weiter geht's! Ja! Im Klo! Verdammt! Meine erste Kranke, wo könnte eine Batterie sein? Wärmer! Wärmer! Da nicht! Nicht im Bett! Nicht im Bett, Mann! Und ich weiß, man kann alles damit kaputt machen, aber kein Glas! Ja, klar! Patrick! Hm? Ja! Wir spielen jetzt Patrick Ball! Nein! Okay, weiter geht's! Wir kommen ein bisschen weiter! I have to go onwards! Killing ancient Wärmer! 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 Stein! Stein Genau! Stein! Stein! Urgestein! Baum! 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 Ehhaha! Baum! 吧uum! st und vielleicht eine A da ist gar nix bitte siehst du deine Batterie gib mir die Batterie okay Klapp das Ding rein Pau du bist so nubig warte ich zeig dir aber wie du hattest machen ich war gerade angestürzt Moment, nein, scheiße Guck, du kannst auch nicht, du bist schlecht Das war falsch gepolt Ich hab's zwar falsch rum reingeworfen, also die Seiten waren unten, aber was soll's So, bist du jetzt stolz auf mich? Hey, ich will auch, mein Buggy ist kaputt Hallo Hallo Guck mal Moonwalk Was kommt? Ne Wenn es denn mein Level ist Derapore Let's run, running for the win, running, running, running for the win... Will an οι malen in etmeâce으로 Da fährt was! Server verändert Level, d.h. kurze Aufnahmenpost, was ich individuell Latte stellen muss und... Baum Wenn er das jetzt schön sagen soll